Unser Geist ist, wie unser Körper, fähig, sich selbst zu heilen. Aber wir lassen es nicht zu. Wir lassen täglich Gifte in unser Bewusstsein eindringen. Angst, Wut, Selbstzweifel und andere Arten von ungesunden Einflüssen, die unser Leid nur verlängern, statt es aufzulösen. Der Buddha sagte, dass unsere Schmerzen, unsere Angst und unsere Depressionen dadurch entstanden sind, dass wir diese Einflüsse unaufmerksam verinnerlicht haben. Er hat gerne unsere Nahrung als Vergleich herangezogen. Unsere Freude währt nicht lang, wenn sie von uns nicht die Nahrung bekommt, die sie braucht, um zu existieren und zu wachsen. Aber auch unsere Furcht, unser Leiden, unsere Depressionen können ohne ihre Nahrung nicht überleben. Er riet uns, tief in das Wesen unserer Angst, unsere Sorgen zu schauen, um die Quelle für ihre Nahrung zu finden. Wenn wir sie gefunden haben, brauchen wir ihnen nur die Nahrung zu entziehen und dann werden sich unser Schmerz, unsere Angst, unsere Sorgen von allein auflösen. Unser Sein besteht aus fünf Aspekten, unserem Körper, unserem Geist, unseren Gefühlen, geistigen Konstrukten und Wahrnehmungen. Das Reich dieser fünf Elemente ist sehr groß. Es ist das Königreich, in dem wir als Königin oder König herrschen. Aber die meisten von uns sind nicht sehr verantwortungsbewusste Herrscher, weil wir ständig versuchen, vor unserem Reich wegzulaufen. Das kommt daher, weil wir glauben, wenn wir in unser Königreich zurückkommen, werden wir mit all den Schmerzen und der Verzweiflung und den Sorgen, die dort sind, konfrontiert. Daher haben sich viele von uns angewöhnt, wegzulaufen und Zuflucht zu suchen in anderen Beschäftigungen, wie Fernsehen, Telefonieren, im Internet surfen und so weiter. Der Buddha rät uns, in unser eigenes Königreich zurückzukehren und zu versuchen, dort die Harmonie und den Frieden wiederherzustellen, den wir wirklich brauchen. Dein Körper, dein Geist und auch dein Unterbewusstsein, welches du in meinem Podcast inzwischen ganz gut kennengelernt hast, lieben dich sehr, so sehr, dass sie einfach alles für dich tun würden. Sie sind deine Werkzeuge, ohne die du nicht durch dieses Leben gehen könntest. Sie sind also darauf ausgerichtet, immer ihr Bestes für dich zu geben und all die Leistung zu bringen, die du von ihnen verlangst. Sie folgen deinen Entscheidungen, deinen Ansprüchen, deinen Werten. Ohne diese zu hinterfragen. Sie bilden das Königreich, über das du herrschst. Sie sind dir ergebene Untertan, von deinem ersten bis zu deinem letzten Atemzug. Du erinnerst dich noch an den Tiger aus der zweiten Podcast-Folge, oder? Ich hab dir damals die Aspekte von dem erläutert, was Körper und Geist machen, sobald du in eine Stresssituation kommst. Und hierauf möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen. In Folge 2 meines Podcasts waren wir im Wald unterwegs, mehrere tausend Jahre bevor die Menschheit zu dem wurde, was sie heute ist. Wir haben Bären gesammelt, den duftenden, weichen Waldboden unter unseren Füßen gehabt, das warme Sonnenlicht auf unserer Haut genossen und den Vögelchen beim Zwitschern zugehört. Bis der Tiger aus dem Gebüsch sprang und uns fast den Tag versaut hat. Ich hatte dir grob erklärt, wie das Stressprogramm funktioniert, mit dem die Natur unseren Körper ausgestattet hat. Jetzt bekommst du nochmal einen tieferen Einblick von mir. Es ist nämlich nicht nur so, dass sich alle Muskeln anspannen, damit du vor dem Tiger ganz schnell wegrennen oder ihn bekämpfen kannst. Nein, sie werden auch besser durchblutet. Aber so wie du nur 100% Energie zur Verfügung hast, so hat dein Körper ja auch nur 100% Blutversorgungskapazität zur Verfügung. Wenn er also deine Muskeln stärker durchbluten will, damit deine Flucht vor dem Tiger erfolgreich verläuft, dann muss er die Durchblutung an anderen Stellen drosseln. Zum Beispiel in deinen Verdauungsorganen. Wenn du wegrennst, hast du ja eh keine Zeit zum Essen, richtig? Du könntest vielleicht etwas mehr Sauerstoff in den Muskeln brauchen, während du wegrennst oder dem Angreifer kräftig 1 auf die 12 geben willst, denkt sich dein Körper und lässt deine Atmung flacher und schneller werden. Nun ist es so. Wenn ein Tiger aus dem Busch vor dir springt, muss das Ganze ja echt schnell gehen. Was dieses schnelle Umschalten auslöst, sind Botenstoffe, die dein Körper ausschüttet. Hormone wie Cortisol oder Adrenalin zum Beispiel. Die sind wie der lauteste Alarm, den du je gehört hast. So laut alles in dir hört ihn und stellt sich auf die Stresssituation innerhalb von wenigen Zehntelsekunden ein. So wie die Entscheidung, ob du jetzt lieber rennst oder ihm eine scheuerst, auch in Zehntelsekunden fällt. Das ist ein Automatismus, der immer genau so abläuft, jedes Mal, wenn du gestresst wirst, von was oder wem auch immer. Und jetzt rat mal, wer hier, wie immer, seine Finger im Spiel hat. Genau. Es ist wieder mal das Unterbewusstsein. Das kennst du ja schon. Und wie das Unterbewusstsein gelernt hat, was bedrohlich ist für dich und was nicht, hast du in Folge 4 ja auch schon erfahren. So, denkst du dir jetzt. Er gibt ja Sinn, gestresst zu sein, wenn der Tiger vor mir steht oder mein Chef mich anschreit. Aber mein Problem sind ja die immer wiederkehrenden Schlafstörungen. Der psychisch bedingte Ausschlag, den ich nicht wegbekomme. Die Verdauungsstörungen, die ich habe und so weiter und so weiter. Und die habe ich ja auch, wenn ich nach Hause komme und eigentlich alles gut sein müsste, weil kein direkter Stressfaktor da ist. So hat sich das die Natur auch gedacht, als sie unseren Körper mit dem Stressprogramm ausgestattet hat. Stressfaktor macht Stressreaktion im Körper. Und dein Problem am Ende des Tages ist auch nicht, dass das Stressprogramm startet, obwohl gar nichts los ist. Dein Problem entsteht, weil das Stressprogramm nicht geendet hat nach deinem letzten Stressmoment. Und solange das so ist, bleiben die Verdauungsorgane weniger durchblutet, bleibt deine Atmung flach und schnell. Und wenn das über eine längere Zeit der Fall ist, werden zum Beispiel Nährstoffe viel, viel schlechter aufgenommen, weil deine Verdauungsorgane das nicht bewerkstelligen können, wenn sie nur so mittelmäßig durchblutet sind. Aber warum hört dieser Alarm nicht auf? Ein Programmierfehler vielleicht? Gehen wir zurück zu unserem Tiger. Wenn der vor dir steht, hast du zwei Optionen, um aus dieser Nummer lebend rauszukommen. Wegrennen oder ihn im Duell besiegen. In beiden Fällen wirst du sportlich aktiv werden müssen. Dein Blutkreislauf kommt mächtig in Bewegung. Und nach ein paar Minuten hat sich die Sache schon erledigt. Entweder, weil der Tiger dich gefrühstückt hat, du ihn in die Flucht geschlagen oder dich sonst wohin gerettet hast. Auf jeden Fall kannst du jetzt verschnaufen. Die Botenstoffe wurden einmal in Höchstgeschwindigkeit durch dein System gejagt und sind durch die sportliche Aktivität weitestgehend abgebaut. Du atmest wieder tief durch und denkst dir, puh, Gott sei Dank, ich bin in Sicherheit und alles ist gut. Der Alarm geht aus, die Sirenen stehen still. Jetzt ist natürlich die Frage, wie du das mit deinen modernen Tigern so händelst. Wenn dein Arbeitsprojekt oder die Krankenkasse dir Druck macht, rennst du dann weg wie ein Irrer oder drückst du den Verantwortlichen einfach direkt deine Faust ins Gesicht? Nichts von beiden? Dann weißt du jetzt, dass hier der lauteste Alarm ever ununterbrochen läuft, weil die Stresshormone ewig nicht abgebaut werden. Und dein Körper, der ständig Stresshormone ausschüttet, sie aber nicht abbauen kann, wird immer versuchen, sie irgendwo unterzubringen. Denn für irgendwas, denkt sich dein Körper, müssen die ja gut sein. Hier entstehen Entzündungen zum Beispiel, denn der Kampf findet dann innerlich statt. oder Schlafprobleme und Verdauungsstörungen, denn weder im Kampf noch auf der Flucht wird geschlafen oder gefuttert, das ist mal klar. Und solange diese Stresshormone nicht abgebaut sind, glaubt dein Körper, dass der Tiger immer noch hinter dir her ist. Wenn du dann noch einen Akku hast, der nicht aufgeladen ist, haben jegliche Krankheiten auf körperlicher und seelischer Ebene, sowie Ängste, Selbstzweifel und ähnliches ein ganz leichtes Spiel. Und die auszuräumen, während der Alarm noch läuft, wird fast unmöglich, denn im Kampf und auf der Flucht ist auch kein Raum für Reflektion oder gar zum Ausruhen. Hier solltest du dich Folgendes fragen. Wie oft pro Woche bin ich stressigen Situationen ausgesetzt? Nach jedem Stressmoment bräuchte es einen kleinen Dauerlauf oder eine körperlich anspruchsvolle Tätigkeit von vielleicht 10-15 Minuten, um diese Stresshormone abzubauen. Wenn das nicht passiert, mangelt es dir dauerhaft an einer guten Durchblutung und Sauerstoffversorgung in diversen Körperregionen. Überleg mal, wenn du keinen Sauerstoff hast und kein Essen aufnehmen kannst, stirbst du ziemlich schnell. Wenn du dauerhaft zu wenig Sauerstoff und Nahrung hast, wirst du krank. Ich erkläre dir jetzt, wie du gezielter erkennen kannst, was du individuell nach einem Stressmoment tun kannst, um dein Gleichgewicht wieder herzustellen. Du folgst jetzt schon eine Weile meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins und hast dir meinen Newsletter mit den Entspannungsübungen runtergeladen. Die zweite von diesen drei Übungen ist perfekt, um deinen Körper zu scannen und zu checken, welches Körperteil vielleicht gerade besonders unter der Belastung des Alltags leidet. Wenn du herausgefunden hast, dass deine Augen müde sind, weil sie den ganzen Tag auf einen Bildschirm starren oder sich viel Leid ansehen mussten, kannst du hier gegensteuern, indem du ihnen etwas völlig Entgegengesetztes anbietest. Füttere ihr Wohlbefinden mit Fotos von deinem letzten Urlaub oder durch Musik hören mit geschlossenen Augen und vielen anderen Sachen, von denen du selbst viel, viel besser weißt, dass sie dir gut tun, als ich das wissen kann. Vielleicht ist dein Rücken verspannt und brauch ein heißes Bad, eine Wärmflasche, eine runde Schwimmen, ein bisschen Yoga oder Dehnungsübungen. Die gute Nachricht ist, dass dein Unterbewusstsein, du weißt schon, der Schlingel, der immer mit einer Hand am Alarmknopf steht, dich dabei beobachten und wissen wird, dass es den Alarm langsam abdrehen kann. Und auch emotional profitierst du von dieser positiven Körperarbeit. Denn wenn du dich entspannst und dein Unterbewusstsein mit Zuwendung und Liebe über deinen Körper fütterst, werden Negativgefühle wie Angst und Wut auch kleiner. Und das Beste ist, dass du diese Zuwendung easy in deine Tagesroutine oder deine Abendroutine einbauen kannst. Beides habe ich dir schon ausführlich in der letzten Bonus- bzw. in der letzten Podcast-Folge erklärt. Und du brauchst also keine zusätzliche Zeit, wenn du mit beiden schon angefangen hast. Um deine negativen Gefühle beim Schlawittchen zu packen und um besser sehen zu können, was genau dazu führt, dass du dich mies fühlst und mit was dieses Leiden gefüttert wird, eignet sich die Übung mit dem Königreich. Leg dich auf den Rücken. Mach's dir bequem. Mach die Augen zu. Atme ein paar Mal tief in den Bauch ein. Achte beim Ausatmen darauf, dass du keinen Druck ausübst. Dein Atem entweicht von ganz allein, während deine Bauchdecke absinkt, bis du vollkommen ausgeatmet hast. Du brauchst keine Energie hier reinstecken. Wenn du merkst, wie sich dein Körper langsam etwas lockerer oder weicher anfühlt, seufze ein paar Mal beim Ausatmen. Dann atme ruhig weiter. Stell dir ein Land vor, das du aus der Vogelperspektive siehst. Da gibt es Felder, Wege, Bauernhöfe, Städte und vieles mehr. Das ist dein Königreich. Zoom rein. Nimm dir Zeit, es dir anzuschauen. Wie genau sieht es dort aus? Was machen die vielen Leute, die da wohnen? Liegen sie im Heu unter blauem Himmel und kauen zufrieden auf einem Grashalm? Müssen sie hart arbeiten und sehen müde und abgemagert aus? Was auch immer du siehst, beobachte gut. Wenn du erkennen kannst, dass ihnen etwas fehlt, dann weißt du jetzt, was es braucht, damit es deinem Königreich besser gehen kann. Setze das in deinem Alltag um. Vielleicht dauert es eine Weile, bis deine Reform greift. Vielleicht sind einige Reformen nötig und du musst öfter in der Vogelperspektive über dein Reich fliegen, um den Überblick Stück für Stück zu bekommen. Aber das macht nichts. Vergiss nie. Dein Körper, dein Geist, dein Unterbewusstsein sind dir ergeben. Sie lieben dich nicht nur so sehr, dass sie auch den größten Mist mitmachen, wenn du es ihnen sagst, dass sie das tun sollen. Sie sind auch endlos geduldig mit dir. Schau mal, wann warst du das letzte Mal als König in deinem Reich und hast nach deinen Untertanen gesehen? Und trotzdem haben sie weiter alles für dich und dein Reich gegeben. Sie haben ihren König vermisst. Sie haben vielleicht gelitten. Aber sie lieben dich so sehr, dass sie jetzt, wo du wieder da bist, kein Stück böse auf dich sind. Sie schauen zu dir auf. Sie vertrauen dir zu 100 Prozent, dass du dich jetzt um sie kümmern wirst. So, wie gute Könige das nun einmal tun. Ich möchte jetzt noch eine Beobachtung mit dir teilen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Um Ziele zu erreichen, hat der Mensch im Laufe seiner Entwicklung zwei Kräfte für sich entdeckt. Druck und Liebe. Und dazu gibt es zwei Faustregeln. Die erste lautet, was wir mit Liebe erschaffen, braucht Zeit. Zeit, in der wir es genießen, etwas aus uns selbst heraus zu schöpfen und zu entwickeln und ihm beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen. Alles, was wir mit Liebe und Geduld in die Welt schicken, kommt zu uns zurück, um uns wiederum mit Liebe, Dankbarkeit und Harmonie zu füttern. Insgesamt ein zeitaufwendiges, aber auch sehr nachhaltiges Konzept also, das du anwenden kannst, auf was du willst. Deine Partnerschaft, Deine Kinder, Deine Selbstständigkeit, ja sogar unsere Landwirtschaft. Die zweite Faustregel lautet, was wir mit Druck erschaffen, geht schnell. Hier haben wir keine Zeit, den Dingen beim Wachsen zuzusehen und kleine Teilerfolge zu schätzen und zu genießen, aber je höher der Druck, umso schneller kommen wir zum Ergebnis. Manchmal sind wir sehr ungeduldig. Auch das scheint seit langer Zeit in der menschlichen Natur verankert zu sein. Und deshalb wählen viele diese Kraft, um an ihre Ziele zu kommen. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Es liegt in der Natur des Drucks, dass, wenn ein gewisses Level überschritten ist, er alles wieder zum Einsturz bringen wird. Und das kann doch nicht das Ergebnis sein, was wir uns wünschen. Zerstörte Partnerschaften, gebrochene Kinder, die ausbrechen wollen, um sich des Drucks zu entziehen, eine Landwirtschaft, die erst enorme Erträge erzielt, wonach aber die Böden in wenigen Jahren komplett unbrauchbar sind. Das ist nicht nur weniger nachhaltig als das Konzept der Liebe. Wenn du hundertmal schneller als alle anderen Karriere machst und dann mit Mitte 40 an einem Herzinfarkt stirbst, ist es gefährlich für dich und für deine Karriere. Und besonders schlimm für die, die dich lieben und die dich ein Leben lang an ihrer Seite wissen wollen. Und deshalb komme ich jetzt zum Mantra der Woche. Ich werde ein liebevoller König für mein Königreich sein. Sich um sich selbst und seinen Königreich zu kümmern, ist die beste Zukunftsinvestition. Und wenn du das mit Liebe tust, auch die nachhaltigste. Ich danke dir fürs Zuhören. Genieß den Weg aus deinem Burnout. Genieß die Momente, in denen du merkst, dass es dir Stück für Stück ein bisschen besser geht. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, deine Susi bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.